5 weitere Dinge, die Gamer machen Beim Zocken snacken und dann die Hände an der Hose abwischen, in der Hoffnung den Controller nicht zu verdrecken. So tief in ein Game eintauchen, dass ihr die Uhrzeit vergesst und gar nicht merkt, dass es schon 4 Uhr morgens ist. Ein Game beenden, das so gut war, dass ihr euch jetzt einfach leer fühlt und nicht wisst, was ihr jetzt machen sollt. Durch eure Bibliothek von hunderten an Games scrollen und dann mit der Aussage, ich hab nichts zu zocken, doch wieder Fortnite, Warzone oder Apex starten. Ihr habt euch eine neue Konsole oder PC-Teile bestellt und wartet am Fenster auf den Postboten, um eurem Paket entgegenzulaufen.